Hallo miteinander, da ist Exus XIX, wieder einmal. Ja, ähm, Nightmare House 2 geht weiter. Ich wollte eigentlich mit Walking Dead weitermachen, habe aber merken, neue Computer, nicht alle Steam-Games sind mit Steam Cloud synchronisiert, d.h. jenstige Safes sind wieder gelöscht und gewisse Games werden nicht mehr weitergespielt, das dumme Leid, das kann ich jetzt schon sagen, je nachdem, wenn die Save einfach weg ist, dann scheisst es mich an, nochmal bis dahin spielen, vielleicht kommt die Lust mal irgendwann wieder, aber ja, ich denke, GTA, das dumme Leid, ist so ein Fall, wird wahrscheinlich nicht fertig. Walking Dead werde ich nochmal alles spielen, weil das ist einfach ein Game, das es verdient hat. GTA, wir kennen es, es ist einfach schon ein bisschen alt, aus dem Grund werde ich das nicht mehr fertig machen. das tut mir leid, das ist ein geiles Game, aber auch die Grafik-Bugs, die eine halbe Stunde Zeit, bis endlich mal ich aufnehmen konnte, wegen meiner Mausprobleme, die ich hatte, und äh, weh, 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 nein, nein, danke. Eben, neue Computer, Infos könnt ihr haben, wenn ihr wollt, ich habe auch noch eine Idee von einer neuen, wie sagt man das, ein neues Projekt, aber da gibt es dann ein separater Video, gerade nachher noch mache ich den mal shit, ich bin aber nicht sicher. Ja, was ich in meiner Pause so gemacht habe, ich habe so viele Games gespielt, nicht fertig gespielt, einfach angeschaut, angespielt, angetestet, mega viel gekauft, zum Teil einmal angeschaut und die Bibliothek verschwinden lassen vom Team. Ja, wahrscheinlich werden wir mal eine Liste durchgehen, es sind etwa 200 Spiele, das ich jetzt habe, wir werden die Liste durchgehen und ihr könnt so Stimmen geben, was ihr gerne mal sehen würdet und ich werde dann nicht unbedingt Let's Plays darüber machen, sondern einfach so Let's Socks oder so, wie ich die nenne, Let's Shows, um mal das Spiel vorzustellen und je nach dem, vielleicht gibt es ja Gelegenheit für ein neues Let's Play. Aber jetzt zuerst mal, ich glaube, wir sind da, Chapter 6, Evacuation. Rettungsmission. Evakuierung, ja, wow. Jetzt rede ich gar nicht weiter, weil immer wenn die FRAPS Zahlen aufhören, also FPS Zahlen aufhören und runtergehen, denke ich mir, nimmt es auch nicht auf, aber ich bin nicht sicher und labere einfach an mich. So, komm. Es sind nämlich nur noch zwei Kapitel, die wir hier abschliessen müssen, dann haben wir das Game. Dann ist es finito. Es ist ja nur ein Half-Life 2 Mode, es ist nicht ein ganzes Game. Ja, genau da. Hey, tschau, tschau, Waffe. Tschau, 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 Ja. Ah ja, einen haben wir ja verloren. Johnson. Right. Ach Gott, ich habe es doch genau gewusst! Ich habe es genau gewusst, dass das oben runterkommt. Hör auf, reden mit mir! Ich will kein State, ouch. Das tut einem so weh. Da hat dann jemand sein Köpfchen abgegessen. Ew! Nein, ich will doch nicht die Kiste. Ich wollte nur eine Leuchtgranate. Wo ist es jetzt her? Egal. Hm, meine Knochen. God, it smells. Ja, ja, ja. Die sind wie Hündchen. Da ist sie ja. Dann rennen wir hinten rein. Es ist schon sehr dunkel. Ja. Darum habe ich ja so eine geile Magnesium-Fackele. Ja. Hä, nein. Die Taschenlampe geht aus. Uncool. Nicht jetzt. Oh, oh. Die Fackele geht auch aus. Uncool. Guys, sind ihr bei mir? Alright. Ich hätte gerne noch mal so eine Fackele. Die ist super angenehm. Son of a bitch. I think I just wear my clothes. Hehehehe. Wah, 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 wah. Du hast gar keinen Kopf mehr. Du bist kein richtiger Zombie. Du bist so ein Möchtegern-Zombie. Wie gibt's das? Hehehehe. Pützelt auch. Herrlich. Okay. Jetzt noch mal ein bisschen. Bestellen. Damit er auffühlen kann. Oh nein, komm ihm! Achtung, fliech! Oh shit, ich habe keine Munition. Mit diesen 9mm. Okay, nur noch 6 Schuss mit dieser Schau. Äh, bleib bei dieser. Gut, da geht's weiter. Daran gehen wir noch dran schauen. Ob es ein bisschen Muni hat. Leider nicht. Da habe ich auch noch 45 Schuss. Dann müssen wir wieder auf Dachstum wechseln. Da habe ich auch nicht so fest Freude daran. Äh. Da oben drüber sehe ich auch keinen Weg. Das ist mir verarscht. Hehehe, kommen alle wieder runter. Lässig. Aber da waren wir doch schon. Das ist doch das, was mich verarscht hat, oder? Das Teil. Ah, nein. Ah, lass mich durch! Nein, ist doch etwas. Anders. Ah. Ja, ja, ich habe den Weg schon gesehen. Ist cool. Ist es irgendwie da hoch? Ja. Gib mir sie. So. Perfekt. Perfekt. Hui du! Nein, eins will. So. Nein. Das. Ah, es hat zum Glück keine Headcrabs da. Jetzt weiss ich gar nicht mehr. Hat es irgendwelche andere Viecher gehabt, die wir dann weh machen konnten? Ich weiss das gleich nicht mehr. Also kleine Viecher natürlich. Da spucken. Gut. Ah, lass mich durch! Ich hasse sie. Ich hasse sie so fest. Ich hasse sie. Ich hasse sie so fest. Es gibt keine Frauen, die ich mehr hasse. Ja, geil. Geil. Good to miss you. Haha. Nein. Und jetzt, Leute? Schau in der verschlossenen Türen vor uns. No, another locked door. Move aside. Ja, hast keine Geduld mehr. I always wanted to do this. So, Mungi. Wieso hast du das bei den vorherigen drei Türen gemacht, ey? Ah, guck, jetzt muss ich als Game sein, gell? Seriously, you should design this place And what does he have against lights? Did a light kill his family or something? Haha. Did a light kill his family? Haha. Oh, aber da kommt es wirklich, da kommt es wirklich auf den Sitz. Haha. Oh, ich verschicke mich so fest. Ah, lebe mich da weg. Kommt! Leute! Reden! Reden weg! Oh, Munition. Kommt! 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 Ihr schiesset schon! Kommt! 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 Back from here! Back from here! Nein, neue Ruhe! Kommt! Leute! Jetzt! Oh, scheisse! Da kommen schon neue! Wo sind sie? Wo sind sie? Nein! Ich bin doch nicht das gewesen! Ich bin das Brennzeug! Das Magnesium! Oh! 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 Oh, das ist ein Wack! TASCH schallt! Nein, schlecht! WACK! 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 Don't let the flank ass, sie können überall oben drüber! Typ! Komm! Jetzt go, go, go! Kommt Leute! Es läuft ein bisschen mit euch, muss ich kurz zünden da! So weissle ein bisschen! Fürjode! Jetzt kommt ihr! All dead, nice job! Ja... Schöne Ruhe! Nur Ventil... Äh, Ventilatoren... Ja... God damn it! What was that? Are you okay? I just got a sudden headache... My vision's kinda blurred... Ja, bei mir auch... Alright... Just hold on... We're almost out of here anyway... Gut... Alright, looks like another door we have to blow... Haha... Let some firepower do the trick... We have to go... I just wanted to... I wanted to do a bit... Now we are trying to do something different to... What are we doing the way? We have to go to the garage! Garage I like them! I'd love to go... Security room! Auch nicht. Hä? Das Auto. Okay, ähm... Ich würde sagen, wir gehen wieder mal... ...nach rasch zurück, aber da gibt's... Nein, da gibt's nichts. Nein, da müssen wir noch weiter zurück. Ich probier's jetzt einfach mal. Ist da etwas drin? Oh, 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 oh! Puh! Ähm... Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich da irgendwie wieder oben durchsteigen müsste. Ich glaube sehr nicht. Das ist doch zu weit hinten für die Tür. Nein. Nein, komm. Nein, nein. Nein, nein. Ich komme nicht zu. Shit. Geh weg den Stuhl. Du bist nicht mein Freund. Und... Da hinten dran... Irgendeine Abdeckung. Nein, man kommt eh nicht rein. Okay. Jetzt sind wir wieder da. Ähm... Leute, ich beende da mal... Äh... Part. Wir schauen jetzt das nächste Mal, wenn wir weiterkommen. Gellet? Also... ... ... ... ... Wissen Sie. Skye. Ist es... Aber krömer, ich sage dir das ... ... ... Wir sehen uns das nächste Mal. Peace! Vielen Dank.